Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und noch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis. Trashy gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um das 18. Türchen und ich wünsche euch einen wunderschönen 4. Advent und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Wenn euch dieses Format hier gefällt, könnt ihr gerne auch die älteren Videos durchschauen. Viele von euch haben schon die meisten Videos gesehen, aber einige denke ich noch nicht und manche haben es vielleicht auch gar nicht mitbekommen, dass ich noch einen zweiten Upload am Tag mache. Es ist ja auch Winter, es ist Weihnachten, es ist eine stressige Zeit, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr das alles noch nachholen und es gibt beim zweiten Türchen auch eine kleine Verlosung für euch und ich verlinke euch hier auch meine Quallenlampe nochmal. Da fragen manche immer nach und es haben einige gekauft und wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, könnt ihr dort auch über Amazonisch supporten und über den Link dann, egal was ihr wollt, kauft. Hashtag Werbung, denn ich möchte hier ehrlich mein Geld verdienen, nicht wie Ali Bachmann, die nicht nur einen Patienten bestohlen hat im Krankenhaus, nein, auch die eigene Mutter. Und das wusste ich gar nicht, also wusste ich wirklich nicht, das war mir neu und sie sprach davon, dass sie immer regelmäßig mal ans Portemonnaie gegangen ist auf Seite 84 und kleinere Beträge aus dem Portemonnaie genommen hat und da kann man vielleicht sagen, okay, das haben vielleicht einige schon mal gemacht, das waren vielleicht mal zwei Euro oder fünf Mark oder keine Ahnung, die Älteren von euch mal aus dem Portemonnaie der Eltern vielleicht mal entwendet hat. Und ich muss immer ehrlich sagen, ich habe da auch mal was rausgenommen, aber immer gesagt, ich habe immer zwei Euro genommen oder so, weil ich das einfach ehrlich fand und keine Ahnung und habe dann immer auch gesagt, du, ich nehme mir mal zwei Euro, keine Ahnung, da war meine Mutter dann auch nie böse. Also die hat dann immer gesagt, du kannst da vorher fragen und mich nicht vor verendete Tatsachen stellen, aber so ehrlich war ich dann immer. Aber ich kenne einige von meinen Kumpels, die immer ganz gerne mal ans Portemonnaie von ihren Eltern gegangen sind. Da kann man vielleicht noch sagen, okay, ja, ist auch nicht so richtig cool, aber bei so kleinen Beträgen, ja, kann man noch ein Auge zudrücken vielleicht, aber es geht jetzt hier auch in eine Richtung, wo ich sage, heftig, denn sie ist auch in den Laden und die Mutter hatte schon immer einen Kosmetik- und Fußpflegeladen, damals halt noch in der Schweiz. Da waren 1.500 Franken drin und da hat sie auch 100 Franken von genommen. Ui, war in der Kassette viel Geld drin, 1.500 Franken sind auch ungefähr 1.500 Euro. Ich nahm hier 100 Franken davon, das merkte sie eh nicht. Also es ist schon ein höherer Betrag, wo man auch sagen kann, okay, das ist dann wirklich das Letzte, seine eigenen Eltern auch noch zu beklauen. Was ich jedoch nicht wusste, meine Mutter notierte sich immer genau, was drin war an der Kassette und hatte auf einem Zettel unter der Kasse stehen. Und das gab dann natürlich auch Ärger und auch vollkommen zu Recht und die eigenen Eltern zu bestehen ist bitte das Allerletzte. Aber jetzt hat sie, weil sie konnte, sie hat ja die Messlatte schon so hoch gemacht, die eigenen Eltern zu beklauen ist auch schon wirklich daneben. Also wie gesagt, wir sprechen jetzt nicht von 1,50 Euro für ein Eis, sondern von 100 Euro ist schon wirklich heftig und dennoch aus dem Geschäft, wo du dann auch weißt, okay, davon lebt die Familie. Also, wie man sagen muss, absolut daneben. Und um das jetzt nochmal zu toppen, dachte sie sich, Mensch, ich arbeite jetzt, mache ein Praktikum im Krankenhaus und dann kann man ja irgendwelche bettlägerigen älteren Menschen bestehen. Ja, und hier ist ein 64 Jahre alter Mann und da möchte ich euch eine kleinere Passage auf Seite 86 vortragen. Der hatte wohl eine leichte Erkrankung. Er und seine Frau aus Thailand waren sehr, sehr nett zu mir. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Also es waren auch noch sehr nette Patienten. Also nicht irgendwie so ein reicher Dagobert Duck, ja, der da sitzt und sowieso Multimillionär ist, wo man noch sagen könnte, okay, der merkt das da sowieso nicht, wo man aber auch sagen muss, das wäre das allerletzte, ja, also Leute bestehen und dann noch im Krankenhaus. Brauchen wir nicht drüber reden, Leute, ja. Aber nein, das war auch noch ein super netter Typ, also kein Kauz zu ihm, ja. Ja, sie gibt dann aber auch zu, dass das jetzt nicht so in Ordnung war, ja, äh, zumindest. Und ihr fiel dann auf, dass in diesem Lederportemonnaie auch immer mal Geld drin war, ja, und dass man dort vielleicht leicht auch mal Geld rausnehmen könnte für ihre Mädelsklicke, ja. Und darauf hat sie dann gesagt, ähm, soll ich da was rausnehmen? Was meint ihr? Fragte ich sie. Natürlich ermutigten sie mich. Klar, Aline, mach das. Also, ja, Chiara und Co. waren natürlich auch da super tolle Freundinnen, die dann gesagt haben, nee, Aline, das ist das allerletzte. Die haben natürlich gesagt, Mensch, klar, das ist eine super Idee. Das fällt ihm doch eh nicht auf und wir gehen davon schön essen, ja. Und, und, und dann, äh, auf jeden Fall hat sie dann in der Frühstück bei besagten Mann dann, äh, dort, äh, den Schrank geputzt, wo auch diese privaten Dinge drin waren und, äh, da lag das Portemonnaie auch genauso offen da und das ist natürlich absolut das allerletzte. Egal, wenn man jetzt im Hotel arbeitet oder, äh, irgendwie, äh, im Krankenhaus bin ich noch mal bei Patienten irgendwie, ist noch mal irgendwie, ja, also, das mit der Mutter fand ich ja schon, unterste Kaste. Aber das toppt das, finde ich dann noch, wenn da bettliegende Leute, äh, Behandlungs, äh, ja, gerade behandelt werden im Krankenhaus. Also, naja, auf jeden Fall, ähm, stand da, äh, dann folgendes und das fand ich auch schon total, äh, schockierend, ja. Zunächst nahm ich nur 150 Franken, also auch 150 Euro, sonst finde ich schon eine Stange Geld, ja. Also, auch wenn ich jetzt auch ein bisschen Geld verdiene jeden Monat, ja, fände ich 150 Euro, wenn mir das jemand aussieht, das sind jetzt keine 1,50 Euro, wo ich aussage, 1,50 Euro ist ja schon daneben, die Tat als solches, aber 150 Euro ist ja dann schon heftig, ja. Ähm, ihr könnt noch mal den genauen Wechselkurs die Schweizer runterschreiben, ich weiß den jetzt nicht, weil ich denke mal, 150 Euro sind ungefähr, 150, äh, 150 Franken sind ungefähr 150 Euro, ja. Ähm, dann sah ich allerdings seine Geldkarten, auf denen schön im Post, it's, also aufgeklebten, ähm, so, äh, Zetteln vorne, äh, die Pins standen. Und dann dachte sie, Mensch, äh, was mache ich jetzt? Dann hat sie, äh, Chiara eine SMS, äh, geschickt und, äh, im Gelbbeute sind alle Geldkarten komplett mit Pins. Und, ähm, ja, Fakt ist, äh, äh, dass sie dann sich dazu entschieden hat, äh, dieses Geld, äh, nicht nur rauszunehmen, sondern auch noch einfach, äh, die PIN stattdessen zu nehmen mit der Geldkarte. Und dann, ähm, haben die wirklich in der Tat 1000 Franken abgehoben, ja. Und sich davon Lenz gemacht, einen schönen Tag, ja. Und, äh, äh, es kam dann natürlich auch so, wie es kommen musste, äh, sie wurden, ähm, oder beziehungsweise sie wurde dabei, ja, dann mehr oder weniger auch erwischt, beziehungsweise kam das ja dann auch raus. Ähm, aber dazu kommen wir dann, äh, bei den nächsten, äh, Folgen, ja. Also, es wird spannend und, ähm, ziemlich, ziemlich bitter, äh, was da abgeht, ja. Und 1000 Franken von einem alten Mann, der im Krankenhaus liegt, zu klaren. Also, schönen Dank auch, ja. Und, ähm, da kann man wirklich nur sagen, äh, bitter, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Leute zu bestehlen, ja, bei der Mutter fing es an und das ist ja dann schon wirklich, schlimmer geht es ja dann nicht, die eigenen Eltern zu beklauen, aber, äh, äh, dann auch noch mit höheren Beträgen und dann halt noch, äh, ja, einen Patienten, beim Praktikum, also, wirklich unterste Kaste, oder? Wie seht ihr das? Äh, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst gerne ein paar Likes da und wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, dann schreibt mal am Ende Weihnachtsmann unten rein. Würde mich sehr freuen. und wenn ihr Bock habt, schaut gerne die ganze, äh, Playlist durch, die ist hier für euch verlinkt, das sind alle Adventskalender-Videos, bislang 18 Stück schon, äh, für euch zu finden und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die noch reinschaut oder reinzieht, besser wollte ich sagen, reinzieht und reinschaut und, ähm, dort vielleicht auch bei der ganzen Gewinnspielgeschichte mit Macht und Co. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschau tschau.